Was wäre die Welt ohne lustigen Pop? Deswegen haben wir Aqua eingeladen. Ihr habt ein paar Fragen gefaxt, das ist auch sehr schön. Viele Zuschauer haben Fragen. Was für Musik gehört ihr zu Hause? Ich höre auf Bloodhound Gang, Kid Rock, Blink 1 Night 2. Ich denke, es ist wichtig, alles zu hören zu können, um die Schönheit in aller Zeiten der Musik zu finden. Aber ich liebe Rockmusik. Sie hat sehr viel Gitarrenmusik, Blink 1 Night 2, Bloodhound Gang. Sie macht zwar alle möglichen Sparten an Musik, aber das ist gerade ihr Ding. Und du? Ich höre auf R'nB und Hip-Hop Musik, Funk und Soul. Das ist vielleicht ein Beispiel. Es gibt R. Kelly, Tupac und natürlich auch eine große Spektrum von Popmusik. Aber es ist die Hauptstelle. Okay. Das war eine Frage von Tatjana aus Helmbrechts. Du hast auch eine handsignierte CD gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und wie sieht es mit der Liebe aus, fragt sie auch noch. What about love? What about love? I'm the right person to ask. We got plenty of love. Okay. Plenty of love in the band. In the band? Outside of the band? Outside of the band. Plenty of love outside too. Gut. Ganz viel Liebe in dem Planeten von Aqua. Aquarius heißt ja auch das Album. Da kommen wir auch schon zu der nächsten Frage und zwar von Lutz aus Karlau. Wann kommt das Album raus? Also Aquarius ist schon lange draußen. Das ist ja mittlerweile schon die dritte Single Bumblebee. Versteht ihr? Okay, ne? Ich sage, alles richtig? Okay. Und die aktuelle Homepage. Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Ihr habt nämlich eine richtig abgefahrene Homepage. You have a very good Homepage. Thank you very much. I just served there this morning. Es is www.aqua.dk for Dänemark. And how much input do you have on this page? Cause it's really great. We try to write a diary as often as we can, like once a week to tell people what's going on. And send pictures, you know, if you're in certain countries and something special is happening, just send pictures directly into the website. For example, I think we're gonna take a picture here and then you can see it tomorrow. Siehst du? Genau. Wir haben nämlich gerade auch ein Foto gemacht, was wir auf unserer Seite noch hinbieben wollen. Und Sie schreiben ja auch ein Tagebuch und das schreiben Sie, schicken es hin, dann machen Sie Fotos, wenn Sie irgendwo, weiß was ich wo, in Amerika oder Afrika waren. Dann kann man es auf der Seite sehen. Es ist wirklich interessant. www.aqua.dk Now your video wish? Yes. It's Anastasia. 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 That's me. That's you. You got a girl singing. I'm looking forward to that. Okay. What's the song? Out of Love. Out of Love. Bitteschön. Jetzt für euch. He-Bitteschön. Bye-bye. shining anyone likeen. www.bittcha.veld sterfeat.